Eine Wasserschlange. Die hier ernähren sich von Fisch. Sie sind ungiftig und man kann sie gut roh essen. Weg mit dem Kopf! Schlangenfleisch ist nahrhaft, kann aber Salmonellen enthalten. Das ist eine Nachtbaumnatter. Die ist gefährlich. Was für eine schöne Schlange. Aber sie ist ziemlich giftig. Aber man kann diese Schlange auch essen. Dafür muss man ihr nur den Kopf abschneiden. Aber so eine Schlange kann man gleich roh essen. Nicht schlecht für rohes Flansch. Die gibt's zum Mittagessen. Diese Schlange liefert mir mehr Fleisch als genug für eine Mahlzeit. Mein Herz rast. Aber so eine Puffotter kann man sogar essen, bevor sie gehäutet und ausgenommen ist. Gebraten schmeckt sie allerdings besser. Dick und salzig. Aber es ist gut, dem Körper wieder Salze zuzuführen. Es ist nicht zu konzentriert. Es ist eine Klapperschlange. Und eine große noch dazu. Okay. Das kommt jetzt zum Gräben über die Kohlen. Das wärmt nach dieser Dusche. Das ist eine Warzenschlange. Weil ihre Haut so rau ist, nennt man sie auch Pfeilenschlange. Das ist ein toller Fang. Die Frauen der Aborigines beißen oft in den Kopf dieser Schlangen und reißen dann daran, um ihnen das Genick zu brechen. Man muss aber vorsichtig sein, um dabei nicht selbst gebissen zu werden. Man muss es schnell machen. Und schon ist das Genick gebrochen. Die gibt's zu essen. Die ist sehr knochig und gummiartig. Als würde man Gummibänder kauen. Da ist ihr kleines Maul. Wenn ich den Kopf abbeisse, sollte ich den Rest essen können. Der Kopf bewegt sich noch. Das ist eine kleine Erzspitzschlange, die nach oben klettern wollte. Das ist ziemlich zäh. Dieses Stück zappelt immer noch. Ich wickele es auf und hebe es mir für später auf. Das ist eine kleine Stumpfbandnatter. Sie schwamm gerade vorbei. Aber jetzt habe ich schon mal ein bisschen was fürs Abendessen. Ich koche sie, um die Bakterien abzutöten. Das köchelt schon seit 10 Minuten. Ich kann sie jetzt essen. Aber Schlange ist extrem gewöhnungsbedürftig. Manche Leute sagen, Schlange schmeckt wie Hühnchen. Keine Ahnung, was die für Hühner essen. Das ist knochig, sehnig und schmeckt gar nicht nach Huhn. Eine Diamantklapperschlange. Die könnte mich zweifellos umbringen. Das muss auf Anhieb klappen. Man kann Schlangenfleisch roh essen, aber dabei besteht die Gefahr, sich gefährliche Parasiten zu holen. Deshalb sollte man sich möglichst immer die Zeit nehmen, das Fleisch zu garen. Wenn man die Fleischfasern erkennen kann, ist es durch. Nicht übel. Das schmeckt wie eine Mischung aus Huhn und Fisch. Eine fette Königsbohr. Der gefällt es gar nicht, dass ich hier so nahe komme. Ich habe nur einen Versuch. Es sieht aus, als wäre sie tot. Aber ich will kein Risiko eingehen. Man kann nur dann völlig sicher sein, wenn man das Rückgrat durchtrennt. Das wird ein super Abendessen. An dieser Schlange ist eine Menge nahrhaftes Fleisch. Wenn man zum Skelett vordringt, wird es ganz schön knochig. Ein bisschen wie Dschungelspare Ribs. Sie hat eine ganz klare Diamantzeichnung. Und das bedeutet, diese Schlange hier ist ein echter Killer. Wir sind ein Killer von einem Snack. Mit dem Stock drücke ich ihren Kopf auf den Boden. Jetzt kann ich mich näher ranwagen. Um ganz sicher zu gehen, schneide ich ihr den Kopf ab. Viele Leute sagen, dass Schlangen wie Hühnchen schmecken. Aber das stimmt nicht. Sie schmecken nach gegrillter, seniger Haut und Knochen. Eine grüne Strauchnatter. Habt sie. Ich ziehe sie runter. Wo ist der Kopf? Sie hat mich erwischt. Die gibt's zum Abendessen. Es ist nie schön, von einer Schlange gebissen zu werden. Aber wenigstens habe ich was zum Abendessen. Grillen ist die einfachste Art, aus einer Schlange ein nahrhaftes Essen zu machen. Der Schwanz bewegt sich noch. Nicht abhauen. Den Knoten kriegst du nicht mehr auf. Man sagt ja immer, dass Schlange wie Hühnchen schmeckt. Doch das stimmt nicht. Sie ist zäher und knochiger. Hornweepern werden bis zu 80 Zentimeter lang. Ihr Gift kann massive Blutungen und Herzrhythmusstörungen auslösen. Seht mal, der Körper bindet sich immer noch. Ein scheußliches Vieh. Und ein echter Killer. Aber ich werde sie essen. Das ist ein Sahara-Dickschwanz-Skorpion. Die gehören zu den giftigsten Skorpionen der Welt. Man kann sie tatsächlich essen. Obwohl ihr Gift tödlich ist, sind sie genießbar. Als erstes werde ich seinen Stachel entfernen. Man muss ihn festhalten und den Kopf abtrennen. Dann kann man den Rest essen. Das ist ein Geißelskorpion. Ein Riesenvieh. Keine Ahnung, was ich zuerst essen soll. Da habe ich wohl das Hinterteil erwischt. Das ist ein gelber Mittelmeerskorpion. Wenn der einen sticht, kann man innerhalb von 24 Stunden tot sein. Ich drücke ihn mal runter. Bevor ich den Skorpion essen kann, muss ich seinen Stachel entfernen. Der ist nahrhaft. Aber nicht sehr lecker. Ein haariger Wüstenskorpion. Diese Art ist ziemlich aggressiv. Man sollte sich vor dem Stachel in Acht nehmen. Ich schneide ihn ab. Wenn es ums Überleben geht, muss man bereit sein, Dinge zu tun, die man normalerweise nicht tun würde. Manchmal hängt davon ab. Das ist ein Tiger-Skorpion. Diese Skorpione können hochwertiges Protein liefern und sind essbar. An dieser Stelle sitzen der Endstachel und die Giftblase. Ich drücke ihn runter und trenne das ab. Da könnt ihr ihn sehen. Das ist alles essbar. Das schmeckt wie alter Käse, der drei Wochen rumstand. Hier ist ein Skorpion. Und zwar ein ziemlich großer. Seht ihr ihn da unten sitzen? Geht runter. Den gibt's heute zum Abendessen. Ich schneide den Stachel ab. Den Rest gibt's zum Abendessen, wenn mein Lager fertig ist. Ich habe schon oft Skorpione gegessen, aber immer nur roh. Und das war widerlich. Aber gekocht schmeckten sie ganz gut. Ich glaube nicht, dass das besonders appetitlich wird. Ich stehe auf Cocktails, aber ein Mix aus Pisse und den Innereien einer Schlange steht nicht auf meiner Wunschliste. Cool. Und den Rest. Ich blJa die característische Feuerwehr. Ich blab. Ich blab.